Serra Tutti im Giuseppe Merza Stadion zu Mailand. In der Mailänder Skala begannen gestern die Musikfesttage unter dem Motto Die Weißen Nächte von Milano. Wenn gleich die königsblauen Schalker hier im San Siro, wie das immer noch heißt, dem Skala Theater des Fußballs ihre weiße Weste bewahren können, dann, ja dann wäre fürs Rückspiel schon viel gewonnen. Aber im Ensemble von Inter steht der eben schon vorgestellte weltbeste Solist Ronaldo. Da kommt er. Noch einmal kurz zum Mannschaftsfoto. Und um ihn herum hat sein Trainer Gigi Simone ein Ensemble internationaler Klasse aufgestellt. Das sieht so aus. Friesi wird heute Libero spielen für den gesperrten Bergomi. Kolonese ist in die Mannschaft zurückgekehrt. Zwei Argentinier auf der linken Seite im Mittelfeld. Der Portugiese Paolo Sosa von Dortmund für 15 Millionen erworben. Nicht spielberechtigt. Der Franzose Djorkaev die zweite Spitze hinter Ronaldo. Wir haben es eben schon gehört. Knapp 10.000 Fans, Sympathisanten in Königsblau, die sich heute hier sympathisch schon im Stadion verkauft haben, gesagt, ohne Schalke wäre hier gar nichts los und die Stimmung angeheizt haben. Sie fragen sich, hält Jens Lehmann das Transfertheater aus? Hält er seinen Kasten sauber? Vor ihm Olaf Thorn. Oberschenkelproblematik in Hamburg schon überwunden. Ja und wer deckt Ronaldo? Kommt er über rechts, dann nimmt ihn der Holländer De Kock, der das schon in der holländischen Ehrendivisie ein paar Mal gemacht hat. Kommt er über links, dann nimmt ihn eben Linke. Van Hochtalem als defensiver Mittelfeldmann und ganz offensiv Mark Wilmotz, davor die Spitzen Eickelkamp und Max. Und der Schiedsrichter heißt Urs Mayer aus Zürich in der Schweiz. Das ist er, 39 Jahre, Einzelhandelskaufmann, mehrsprachig, aber nicht italienisch. Inter in blau-schwarz mit gelben Rückennummern hat Anstoß. Knapp 60.000 Zuschauer jetzt im Stadion, das 86.000 Besuchern Platz bietet. Ronaldo wartet auf den Anpfiff. Möglicht die Räume im Mittelfeld so zumachen, dass es schwer wird für ihn, der Ronaldo überhaupt anzuspielen. Und das ist Jochkaev. Erste Attacke von De Kock. Und sofort Freistoß für Inter. Und gelb gegen den Holländer, der damit, weil schon vorbestraft und belastet mit einer gelben Karte im Rückspiel, nicht dabei ist, Johann De Kock, der gesagt hat, ich kenne ihn aus meiner Zeit bei Roderker gerade. Man muss ihn früh nehmen. Er hat ihn zwar früh, aber auch sehr, sehr hart genommen. Ich denke, gegen diese Entscheidung gibt es keine Einwände, obwohl Ronaldo für meine Begriffe nicht ernsthaft verletzt wurde. Das war auch nicht die Absicht des Holländers, der nochmal kurz nach draußen geht. Immerhin hat er auch den Ball getroffen, aber sicher auch den Fuß von Ronaldo. Erster Eckball für Inter. Da sah Lehmann sehr, sehr schlecht aus, weil er relativ spät zum Ball ging. Und sofort die Attacke gegen den Torhüter. Jetzt muss Herr Meier aber seine Souveränität bewahren. Da ist Lehmann tätlich angegriffen worden. Vorne jetzt auch Pagliuca, der zunächst einmal seine eigenen Leute zu beschwichtigen versucht. Einmal gelb gegen Friesi, wenn ich das richtig gesehen habe in diesem Wust. Hier sehen wir nochmal die Situation. Lehmann hat den Ball vielleicht sehr, sehr spät erst gesehen, als er beim ersten Mal reagierte. Naja. Zunächst einmal die beschwichtigende Geste von Lehmann. Und dann sozusagen die Revanche von Friesi, der damit auch im Rückspiel nicht dabei ist. Das geht ja ganz schön farbig los. Olaf Thorn. Auch er schon gelb vorbelastet. Und Johann de Kock. Jirji Nemitz. Erstmal ins Spiel kommen. Leichtsehenspass von Thorn. Und auf Moriero muss man immer aufpassen. Das war gar nichts. Keine Aufregung. Natürlich wird hier alles versucht. Rudi Assauer und Hübs Thabens. Der Schalker Manager, der diesen Trainer entdeckte, als Schalke selbst gegen Kerkrade spielte. Und damit hat er sicherlich einen Glücksgift getan. Heute weiß man, dass Thabens eine der allerersten Traineradressen in Europa ist. Super. 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 Teil verkauft. Zuletzt nicht in Bestform. Jetzt wird es natürlich für Decoq sehr schwer gegen Ronaldo nach dieser ganz, ganz frühen Verwarnung. Die Linke und Lattal gerade auf der rechten Seite. Toren Decoq ist jetzt nach links hinüber gewechselt. Also wird sich wahrscheinlich in Zukunft möglicherweise auch Linke mehr um Ronaldo kümmern. Wir werden es erleben. Jedenfalls sagen die Schalker zu Recht, wir können nicht unser ganzes System umstellen wegen Ronaldo. Denn dafür sind die anderen Fußballer ja eben auch extra klasse. Hier zum ersten Mal der Zweikampf Ronaldo gegen Linke. Der noch in respektvollem Abstand blieb und dann im richtigen Moment attackierte. So muss man es machen. Imits. Eickelkamp. Toll wie er den Ball abschirmt und Max einsetzt. Klasse Spielzug des Schalker Angriffsduos. Eickelkamp. Elegante Ballführung. Und dann der Steilpass auf Martin Max. Max hat es mit Kolonese zu tun. Eickelkamp mit Galante auf der anderen Seite. Ton. Eickelkamp. 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 Und hier haben wir links Gigi Simoni, der hier möglicherweise gleich schon den ersten Auswechselspieler bringen wird. Eckball tritt der Meister persönlich. Der zweimalige Weltfußballer Ronaldo. Eickelkamp. Rieskens. Der zweimalige Weltfußballer. Veskens. Winter, Aaron Winter, der die große Zeit bei Ajax mitmachte. Und hinten Frisi. Noch nach Abseits, aber in jedem Fall hat sich Winter geschickt gelöst. Und der nächste Eckstoß. Dritter Eckball für Inter, den 13-maligen italienischen Meister. Hier gibt es schon die erste Auswechslung, weil offensichtlich Galante sich verletzt hat. Und für ihn kommt der Franzose Benoit Poet. Kopfball von Ronaldo. Hier sehen wir es nochmal. Deutlich Sieger gegen den mit hochspringenden Linke. Sofort geht Kolonese auf die rechte Seite zu Eickelkamp. Winter und Riesi. Quay ist ein Mittelfeldspieler, der im Moment da drüben im halbrechten Feld läuft. Max. Lattal. Ton. Und abgepfiffen die Attacke von Lattal gegen den Argentinier Sanetti. Deswegen hinten in Richtung Achillessehne getreten. Kapitän Gianluca Pagliuca. Meister, dreimal Pokalsieger und Europacup-Sieger mit Saptoria Genua. Da ist Quay. Klasse Parade von Lehmann. Vierter Eckball. Ein bisschen Rückzieher am Mann. Ein bisschen Rückzieher am Mann. So, die 13. Spielminute ist jetzt erstmal überstanden. 0 zu 0 im Giuseppe Merza Stadion. Zwischen Inter und Schalke. Van Hochtalen. Richtig, dass er abzieht. Auch wenn die Etage nicht stimmte. Marco van Hochtalen. 96 von Roda Kerkrade gekommen. Sehr aktiv, wie auch am Samstag. Im Meisterschaftsspiel. Der rechte Außenläufer, wenn Sie so wollen. Moriero. Abseitsposition von Diorcaev. Der zweiten Stompspitze, der zuletzt eigentlich nicht die Bestform hatte. Der Franzose mit armenischen Vorfahren. Ton. Guter Einsatz von Ton und Wilmot. Pagliuccas Parade. Hier sehen wir nochmal den guten, kämpferischen Einsatz von Ton. Und den beherzten Schuss von Wilmot. Pagliucca, der Nachfolger von Walter Zengar im Tor von Inter. Erster Eckball für Schalke. Van Hochtalen. Jetzt machen sich die Schalker Fans wieder bemerkbar. Die auch schon zwei gute Aktionen der Königsblauen beklatschen konnten. Zanetti. Eickelkamp stark sich, aber enorm ballsicher. Hat sich Diorcaev verletzt. Aber diese giftige Hektik der ersten Minuten ist zunächst einmal wieder raus aus dem Spiel. Und das müsste ja eigentlich im Fußballspiel gut tun. Wahnsinn, wie der Antraut, wie er sich anspielen ließ und wie er mit links das 1 zu 0 erzielt. Ronaldo in der 17. Spielminute. Und das müsste unhaltbar für Lehmann. Schauen Sie das mal an. Da sehen die Schalker, Mandekker wie Standfußballer aus. Lehmann noch dran. Vielleicht hätte er sogar eine Chance gehabt. Aber Leute, der kommt aus vollem Lauf und zieht voll ab. Ronaldo, der weltbeste Fußballer, erzielt hier das 1 zu 0. Und Erleichterung zunächst einmal bei Gigi Simoni. 15 Tore in der Meisterschaft. Und jetzt will er es auch im UEFA-Pokal beweisen. Paul Spiel gegen Eickelkamp, gegen die ohnehin gereizte Achillessehne. So, jetzt kommen auch die Tifosi, während wir hier die Schalker Bank sehen mit Hübsch-Stavens in der Mitte. Links ein Assistent, Hubert Neu. Wilmotz. Schalke muss weiter nach vorne spielen. Diesen Ronaldo, wenn er so antritt und so geschickt im Doppelpass angespielt wird, kann man nicht halten, wenn man nur hinten drin steht. Zwei gute Chancen für Schalke. Durch Max nach dem Steilpass von Eickelkamp in der siebten Minute und eben bei Wilmots Schuss und der Parade von Pagliuca. Aber Inter führt 1 zu 0. Schalke muss weiter nach vorne spielen. Hier sehen wir nochmal die geschickte Ballabschirmung, den Doppelpass und wie der dann den Ball mitnimmt und einschießt. Das ist schon absolute Weltklasse. Das ist schon absolute Weltklasse. Ronaldo. Jetzt aber Wüskens. Holt den nächsten Eckball für Schalke raus. Dänkste. Vorher abgepfiffen. Freistoß. Inter. Zuhören. Jetzt geht es gleich. Hier. Steht auf, wenn ihr Schalker seid, singen hier die Schalker Fans, die mehrheitlich hinter dem Tor von Lehmann stehen. Vielleicht haben sie in der zweiten Halbzeit, wenn Pagliuca kommt, noch Anlass zur Freude. Jetzt aber erst Winter. Moriero. Ronaldo. Passt wie im Training und für die Galerie spielend. Nun wollte er sich selbst im Spiel. Eickelkamp. Nimitz. Linke. In der nächsten Saison war Bayern München. Ton hat da mal gespielt. Und Johan de Kock, nach seiner Verwarnung, kann er natürlich nicht mehr so kompromisslos hingehen gegen Ronaldo. Rüßkens. Rüßkens. Seit der 17. Seit der 17. Minute mit 1 zu 0 führt. Max. Gegen Friesi. Gegen Friesi. Eickelkamp. viel Pass von Ton. Sein Zweiter schon. Natürlich spielen auch in diesem, gerade in diesem Match, in dieser Neuauflage des letztjährigen UEFA-Pokalfinales auch die Nerven mit. Und eine günstige Ausgangsposition braucht Schalke für das Rückspiel in 14 Tagen. Ja, nun pfeift er wirklich alles ab, diesmal die Attacke von Van Hochtalen. Denn Ronaldo provoziert das natürlich auch, indem er den Rücken zum Gegner dreht und dann wartet, bis der attackiert. Und dann gibt es in 90 Prozent aller Fälle einen Freistoß. Sartor. Mit ihm kam wirklich frischer Wind ins Spiel von Inter. Und Moriero, die beiden Aktivposten, Absatzkick Ronaldo. Aber manchmal ist Moriero auch ein bisschen Zuball verliebt. Das war Moriero, der da einen Heber versuchte. Es blieb glücklicherweise beim untauglichen Versuch. Noch diese Attacke von Van Hochtalen abgepfiffen. Blattal. Hinten sind sie nicht ganz sattelfest. Brinkt Schalke immerhin. Eckball Nummer drei. Der Kock. Es stand Inter mit acht Mann im eigenen Strafraum. Und Moriero war es, der da rettete. Schauen wir uns die Szene nochmal an. Da wird geschoben und gedrückt. Jens Lehmann, die Tageszeitung Gazzetta dello Sport, hat heute berichtet, er habe schon einen Vorvertrag bei AC Milan. Das heizte natürlich hier in Mailand die Gerüchteküche an. Jorkaiv. Schöne Direktbässe. Jorkaiv. Und Lehmann. Und der Franzose drohte da, macht das nicht normal und dieser Ball, Sie sehen es hier, hat es auch in sich. Denn er ist abgefälscht worden, ausgerechnet von Johan de Kock, der ohnehin jetzt nur noch mit gebremstem Schaum gegen Ronaldo zu Werke gehen kann. Deswegen hätte ich ihm eben auf der anderen Seite das Tor gegönnt. Und dann wäre er wieder freier geworden. Thomas Linken. Latta. Latta. Hinterstört jetzt im Mittelfeld sehr früh. Dahin will Gigi Simoni, der selbst noch keinen namhaften Verein vorher trainierte, auch noch keinen Titel gewann selbstverständlich, seine Stars bringen, Pressing zu spielen, früher zu attackieren. Ton. Jorkaiv. So bis dahin geht's. Und jetzt Latta. Endstation Sanetti. Die beiden Argentinier auf der linken Seite helfen sich sehr gut mit Simone, das ist Sanetti und da startet Simone durch. Gut gemacht von Diego Simeone, so viel Zeit muss bleiben, er kam von Atletico Madrid, spielte schon bei Betis Sevilla, aber auch schon in Pisa. Immer wieder machen sich auch die Schalker Fans bemerkbar, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Heute haben sie im Hohen Dom zu Mailand zahlreiche Kerzen aufgestellt. Jetzt gibt's Freistoß. Jetzt gibt's. Wieder Koei, der eben Lehmann zu einer prächtigen Parade zwang, kurz nachdem er eingewechselt worden war, in der 13. Minute. Ja, das kommt davon, wenn man immer wieder Ronaldo sieht, wenn der da im Moment anders disponiert war wie gerade, dann gibt es diese Ballverluste. Aber Ronaldo hat das einzige Tor geschossen in der 17. Minute. Daran möchte ich nochmal erinnern. Über 50 Millionen hat er gekostet beim Transfer von Barcelona zu Inter. Und es gibt Gerüchte für das Vierfache. Wolle Barcelona ihn nun zurückholen, unterstützt vom Sponsor. Gerüchte. Halten kann man Ronaldo, wenn es Titel gibt. Wobei in der Hierarchie die Meisterschaft in Mailand wesentlich höher angesiedelt ist als der Wafer Cup. Dafür hat der Präsident investiert. Übrigens der Sohn des legendären Präsidenten der 60er Jahre, Angelo Moratti. Ein Ölmaniat, der damals schon Millionen ausgab, um den Brasilianer Jair beispielsweise zu holen. Mazzola und Fachetti. Hier sehen wir auch den eben schon angesprochenen Bundestrainer Berti Vogts. Ja, gibt Freistoß für die Nerazzurri, die Blauschwarzen von Inter. Geschickt gemacht von Zornetti. Kann man nicht sagen, er wollte den Ball nicht spielen. Und Lattal kommt ohnehin nicht so ganz richtig in die Gänge. Hier auf der rechten Seite. Es liegt aber sicher daran, dass Mailand sehr geschickt im Mittelfeld auch die Räume zumacht. Und vorne lauert Ronaldo. Der läuft einfach diagonal an der ganzen Abwehr vorbei. Ton jetzt bei ihm. Und der rettet. Und diese ganze Schalker Abwehr gelb belastet. Deswegen muss man das auch verstehen, dass einer nicht so ganz 100 Prozent konsequent hingeht. Bei Nachteile. Lattals Flanke. An den Pfosten. Beim Kopfball von Eickelkamp. Mensch, das wär's gewesen. Hier die gut getimte Flanke von Lattal. Und Glück für Pagliuca. Martin Max war's übrigens. Der Köln tand porque es geht hin. Der Köln ist k guru. DC ist einfache. Am Ball stehen Büsken und Ton. Ton mit rechts. Das will ich nochmal rekapitulieren. Schalke hatte seine Chancen. Wie jetzt gerade bei dem Kopfball von Martin Max an den Pfosten nach der guten Flanke von Latter. Bei Wilmots Schuss, den Pagliuca gerade noch abwehren konnte. Und bei der anderen Chance für Martin Max nach dem Steilpass von Eickelkamp. Wie eben schon angedeutet, hinten sind sie nicht wasserdicht, die Stars von Inter Mailand. Aber vorne mit Jorkaev. Am 96 von Paris Saint-Germain. Alle perfekt am Ball. Das macht es den Schalkern so schwer. Winter. Winter. Hier sehen wir nochmal eben die Flanke von Lattal und den Kopfball von Martin Max an den Pfosten. Und springen sofort wieder auf die andere Seite zum Freistoß für Inter. Sanetti und Simeone mit nach vorn gegangen. Simeone, Kopfball. Ja, 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 da hat Wilmots ein bisschen geschoben, als der Ball in der Luft war. Freistoß für Inter. Tor, Tor Stor, Tor. Giüss. Noch fünfeinhalb Minuten bis zur Pause. Inters Führung durch Ronaldo in der 17. Minute hätte spätestens bei dem Pfostenkopfball von Max auch egalisiert sein können. Das ist vergleichsweise sehr ruhig hier in San Siro. So, das Giuseppe Merza-Stadion kann sonst ein solcher Hexenkessel sein. Vielleicht auch ein Respekt der Tifosi vor diesen Schalkern, die ja hier vor 288 Tagen die ganz große Sensation schafften, als sie den UEFA Cup gegen Inter gewann. Foulspiel und Gelb richtig gegen Sartor. Der damit auch im Rückspiel nicht dabei ist. Schiedsrichter Urs Mayer konsequent hält die Linie durch, die er am Anfang einschlagen musste. Wieder ein Kopfball von Martin Max, der seine alte Explosivität zurückgewonnen hat. Er kam ja ursprünglich mal vom FC Recklinghausen, ging dann zu Borussia Mönchengladbach, wo er nicht zurecht kam. Und dann war Schalke. Da lief's plötzlich. Da wird mit den Händen gearbeitet. Da wird mit den Händen gearbeitet. Latal, gegen Ende der ersten Halbzeit viel stärker als in der ersten halben Stunde. Denken Sie an die tolle Flanke mit dem anschließenden Postenkopfball. Aber jetzt der nächste Freistoß für Inter. Moriero, ganz schwer zu bremsen, der Mann in der Form seines Lebens hier quasi umgerannt von Büskins. Jokaev schießt. Und Ronaldo hatte nur Finti. So aber lässt sich Lehmann nicht irritieren. Er hatte am Anfang, hatte ich so den Eindruck, so ein, zwei Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, aber später prächtig pariert. Vor allen Dingen in der 13. Minute bei diesem Schuss von Koué. Auch das geht voll in die Beine. Und auch da hätte es Gelb gegen den Franzosen Koué geben können. Schuss von Koué. Die letzten Sekunden vor der Pause. Wieder Ronaldo. Dreht sich mit dem Rücken zum Mann, um dann so vorbeizuziehen. Gut abgeblockt hat Olaf Thon. Bravo. Nur nicht kurz vor der Pause noch den zweiten Treffer einfangen. Aber hier stehen sie auf. Sehen wir mal hier. Da dreht er sich rum. Ganz schwer für den Abwehrspieler. Und dann ist er mit einer Drehung vorbei. Und dann kommt Tor. Max. Aber kam den Ball nicht frei. Und jetzt der Kork vor Ronaldo. Vorher aber wieder abgepfiffen. Und es gibt Gelb gegen Linke. Freunde, 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 da bleiben nicht mehr viele übrig im Rückspiel. Auch Thomas Linke damit im Rückspiel nach einer Verwarnungskarte aus seinem Vorspiel nicht mehr dabei. Also beide etatmäßigen Mann-Decker werden fehlen. Das checken wir nochmal mit der gelben Karte, gegen wen die da gezückt wurde. Fest steht, dass der sehr konsequente Schiedsrichter Urs Mayer abgepfiffen hat und zum Pausentee bittet. Internationale Mailand führt durch das Tor von Ronaldo in der 17. Minute mit 1 zu 0. Als er die ganze Schalker-Abwehr stehen ließ. Vorher hatten die Italiener schon einige gute Möglichkeiten. Aber später hatte auch Schalke seine Chance. Durch Max nach Steipers Eickelkamp. Durch Wilmotz. Und bei Max Kopfball an den Pfosten. Also alles drin für den zweiten Durchgang. Der viel Spannung verspricht im Giuseppe-Märzer-Stadion zu Mailand. Von hier oben ins Studio zu Gertelli. Wir sind und vergessen natürlich auch Leverkusen nicht in unserer kleinen Kabine. Und da ist genug Platz auch für Juri Mölder und Christian Ziege. Noch einmal, Juri, erste Frage gar nicht mal zum Spiel, sondern jeder fragt sich natürlich, wann ist er denn wieder dabei? Na, ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit wieder mittrainieren kann. Und dann hängt es vom Trainer ab, ob er mich wieder in die Mannschaft stellt. Aber ich denke, dass es eine Sache von Wochen ist. Ich glaube, so groß wird das Problem dann nicht. Die Frage stellt sich für mich immer, Sie waren ja schon mal wieder dran. Was ist denn da passiert, dass das irgendwie immer noch nicht hingehauen hat? Da hat sich in meinem Knie ein Zister gebildet. Und die ist dann im Dezember rausgenommen. Und ja, seitdem geht es eigentlich viel besser. Aber das Knie hat sich entzündet und dadurch muss sich ein bisschen pausieren. Wir schauen mal auf diese erste Halbzeit. Und ich glaube, der Christian Ziege hat vorhin schon mal ein bisschen mitgucken können. Diese 39. Sekunde ist das ja gewesen, war eigentlich fast schon ein bisschen mit Spiel entscheidend für diese erste Halbzeit. Als Johann de Kock da ein bisschen, na, war übermotiviert reingegangen ist? Ja, vielleicht würde sein Gegenspieler ein bisschen zeigen, wer, also Ronaldo zeigen, wer da sein Gegenspieler heute ist. Aber es war natürlich, dadurch, dass es von hinten war, war es natürlich auch berechtigt, dass gleiche gelbe Karte war. Es war halt blöd fürs Rückspiel. Ja, fürs Rückspiel. Aber auch für dieses Spiel, das sehen wir ja nachher noch. Aber fürs Rückspiel, wenn ich mir das anschaue, gleich gelbe Karte. Und dann waren wir uns nicht ganz sicher, Linke war das auch die gelbe Karte? Ja, auch Zweite. Das heißt, Sie müssen umschulen auf Mandekker fürs nächste Spiel? Na, wir haben noch ein paar gute Spiele da. Aber ich denke, dass ich keine schlechte Figur machen würde als Mandekker. Nein, ich bin kein Mandekker, sicher nicht. Aber wir haben einen eigenen Rauch natürlich noch. Der kommt auch jetzt zurück von einer Knieverletzung. Und Tapalovic, guter Mandekker. Also so schlimm ist es auch nicht. Also sind noch ein paar da, die auch mal festhalten können zwischendurch. Wir schauen mal auf eine der Chancen, die sich danach ergaben für Inter Mailand. Und zwar aus der 13. Minute. Der neue Mann war dabei. Kuei. Ein Fehler von Olaf Thun und dann sozusagen ausgewetzt von Torhüter Jens Lehmann. Aber der Olaf Thun war zu Anfang ein bisschen nervös. Der hatte so zwei, drei Szenen und wurde dann allerdings ein bisschen stärker. Ja, stimmt. Ja, ich weiß auch nicht. Olaf ist doch normalerweise der erfahrene Mann. Er soll das gerade doch nicht haben. Aber ja, vielleicht ein bisschen Pech gehabt. Wir hören schon hier ganz unten, dass draußen was losgeht. Wir wollen ganz schnell noch das Tor sehen. Und ich glaube, das ist was zum Zungenschneiden für jeden Spieler, Christian. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja vorher schon gesagt. Er macht nicht viel im Spiel, er nimmt sich seine Pausen. Aber wenn er was macht, ist es immer gefährlich. Und das hat man am Tor gesehen und auch am 1, 2 Szenen danach ist, er kann alleine das Spiel entscheiden. Er muss ihn haben. Er muss ihn haben? Ja. Kommt genau auf den Mann, aber mit einer ziemlichen Geschwindigkeit, muss man fairerweise auch sagen. Im Stadion dachte ich, den kann er nicht haben, aber hier? War ziemlich gut drauf, ja. Ich sage vielen Dank. Ich weiß, Sie wollen das Spiel sehen, wir natürlich auch. Erstmal schönen Dank. Geht ganz schnell raus zu Herbert Fassbender. Hier sind wir wieder live im Giuseppe-Merzer-Stadion. Ich greife das nochmal auf, was der Juri Mölder gesagt hat. Genau den gleichen Eindruck hatte ich auch. Ich sitze sogar etwas näher an diesem Tor. Im Stadion dachten wir alle zuerst, den kann er nicht haben. Manchmal täuscht auch die Perspektive im Fernsehen, meine Damen und Herren. Das möchte ich eigentlich jetzt zur Ehrenrettung von Lehmann sagen. Es war eine tolle Aktion von Ronaldo. Das war wirklich klasse, wie der da marschierte. 1 zu 0. Schalke hatte seine Möglichkeiten und wird sie hoffentlich auch im zweiten Durchgang bekommen. So, auch die UEFA hat die gelbe Karte für Linke bestätigt. Also beide Etatmäßigen. Mandecker, wie ich es Ihnen eben schon gesagt habe, leider, leider im Rückspiel nicht dabei. Das aber sind die beiden Sturmspitzen, die ganz zu Beginn eine herrliche Szene hatten, als der lange Eickel kam. Martin Max schickte schon in der siebten Minute. Max, der später Pech hatte, mit einem Kopfball an den Pfosten. Die zweite Halbzeit läuft. Hüben wie drüben, kein Wechsel. Schalke, die gleichen Akteure wie im ersten Durchgang. Inter hatte ja bereits mit dem Franzosen Benoit Coet für Galante schon einmal ausgewechselt. Galante übrigens so eine Art Frauenliebling hier in Mailand. So, und jetzt spielt Schalke sozusagen auf das Schalke-Tor. Denn hinter dem Tor von Pagliuca, da stehen allein 6000 Schalker Fans, die jetzt den nächsten Eckball erleben. Linke. Zwei Mann am Ball vorbei. Winter. Abseits stand Ronaldo. Und das kann also auch dem teuersten Fußballer der Welt mal passieren. Hier sehen wir es nochmal. Mal zur Bestätigung. Kolonese. Büskenz. Inter kommt jetzt weiter raus. Unangenehm für den Aufbau der Schalker. Bietet aber möglicherweise gegen die nicht ganz sattelfeste Abwehr von Inter auch Chancen. J.K.F. am Boden. Die Italiener reklamieren, er sei geschlagen worden. Kolonese ist es. Hier sehen wir es nochmal. Und da geht Eickelkamp hin, macht sich frei. Ich unterstelle ihm hier keine böse Absintheit. Der lange Eickelkamp, der mit Füßen und Händen arbeitet und jetzt der Buhmann ist hier im Stadion. Nach dieser Attacke gegen Kolonese, der in diesem Moment das Feld wieder betrifft. So und jetzt Paulspiel von Diorcaev. Und dafür muss er gelb sehen. Das war Dummheit. Vielleicht ein bisschen Revanche für Kolonese. Und auch Herr Diorcaev ist in 14 Tagen nicht mehr mit von der Partie. Das wirkt manchmal in der großen Übersetzung des langen Eickelkamp etwas ungelenk. Hier also das gelbwürdige Foul von Diorcaev. Und damit jetzt schon fünf Spieler insgesamt im Rückspiel nicht dabei, die wir heute hier noch erleben. Hat man auch nicht alle Tage. Wilmotz. Moriero. Hier draußen scheint es ein bisschen feucht geworden zu sein. Das ist natürlich ärgerlich, dass Böskens Sackmal für dieses Allerweltsfoul hier gelb sieht. Gut, er hält Koe fest. Aber wenn jedes festhalten, naja, naja, er hält ihn vielleicht ein bisschen zu lang fest. Wenn er früher loslässt, passiert das nicht. Schalke muss aufpassen da hinten, wenn die Argentinier zum Kopfball ansetzen, wie hier Simeone. Und einer der Kopfballstärksten Spieler sitzt bei Inter noch auf der Bank, der Chilene Ivan Zamoran. Hier sehen wir das nochmal. Kampf von hinten, wurde nicht abgeschirmt, aber Lehmann sicher. attracted macht Koeien Ivan Zamoran, der ist nicht abgesch Cathedral corren. Sehr gutes Gespann, Mollero und hier Coe. Da muss Ton wieder raus aus dem Abwehrzentrum. Lattal rettet vor Rinaldo. Zanetti. Winter. Zweikampf-Sieger gegen diesen Mann hier, gegen Wilmot. Jetzt der Belgier und der tschechische Nationalspieler Nemeth. Eickelkamp. Wieder abgeschirmt von Kolonese. Da ist richtig Musik drin jetzt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Jetzt geht Ronaldo. Er ging nur ein ganz kleines Stück, Gottlob. Also der Kolonese, der darf sich auch nicht beklagen, der kämpft da auch mit Haken und Ösen. Da hat er fast auf den Ball getreten. Drei Stoß oder ein Wurf für Schalke. Büskins. Ton der Kapitän. Da ist noch alles drin in diesem Spiel. Und wohlgemerkt, es gibt ja noch ein Rückspiel in 14 Tagen. Das Problem der Schalker ist die mangelnde Torausbeutung. Sie haben zwar die wenigsten Tore kassiert, aber auch die wenigsten geschossen. 27, selbst die Mannschaften auf den Abstiegsplätzen der Bundesliga, ich rede von der Bundesliga, haben mindestens einen Treffer mehr als Schalke. Ton, Büskins. Heikelkamp gegen Kolonese. Ein Duell mit Haken und Ösen. Es ist wieder mehr Gift im Spiel, so wie zu Beginn der ersten Spielhälfte. Dior KF, eleganter Fußballer, der Franzose. Moriero. Da hätte er mehr draus machen können und weiß das auch. Francesco Moriero kam von AS Rom, hat jetzt gerade sein erstes Länderspiel gegen Slowenien gemacht. Zwei Tore von der rechten Seite mit guten Flanken vorbereitet. Die waren dann etwas besser als die, die wir gerade gesehen haben. Die Interfans beim Jogging aus dem Stand. Das ist eine prima Atmosphäre, allerdings, wie gesagt, etwas gedämpft. Das habe ich hier schon wesentlich hitziger erlebt. Eickelkamp. Eickelkamp. Und Pagliuca. Das ist der Spielstand. Noch 33 und eine halbe Minute zu spielen. Nicht sauber. Nicht sauber von Dior KF und richtig gesehen von Schiedsrichter Urs Mayer. Der hat übrigens einen Assistenten hier direkt auf der Seite unserer Kameras aus Rumänien. Gregor Jescu. Ein Rheinschweizer unparteiisches Team. Da ist er. Wir produzieren dieses Spiel ja hier mit eigenen Kameras, weil die Italiener ihre Werbung von der Haupttribünenseite aus verkaufen wollten. Das sind Europapokal-Üssancen, die Sie ja schon kennen. Müskens. Muriela. Wiemanns! War vorher abgefiffen. Da haben wir vielleicht einen Blick zurückzuwerfen. Eben, wenn sie von Anfang an dabei waren, dann haben sie es ja gesehen, was da passierte bei dem angeblichen Büchsenrohr vom Bökelberg. 7 zu 1 von Insenia mimte den sterbenden Schwan, brach dann, ich behaupte nach wie vor vorsätzlich, im Wiederholungsspiel in Berlin. Lugi Müller, dem Mönchengladfacher Abwehrmann, das Schienbein war einem ganz brutalen Einsatz. Aber das wurde damals nicht gehandelt. Die Gegenwart sieht so aus, Freistoß für Moriero. Und Kopfball Ronaldo, wie aus dem Lehrbuch. Und der Basagte von sich selbst, da habe ich noch meine Schwächen und daran wird gearbeitet. Und das tut ja auch wie hier dann manchmal etwas weh. Weil da immer ein Eisenschädel dagegen hält, diesmal der von Johan de Kock. Ja und dann gab es hier im Meistercup, im gleichen Stadion, damals noch San Siro genannt, eine rüde Szene des Interstars Suarez gegen Hoppy Korat von Borussia Dortmund. Vor den Augen des Schiedsrichters trat der Interstar Korat, dem kleinen Rackerer, in den Unterleib. Auch das blieb ohne Folgen. Damals beherrschten die Moratis hier auch die UEFA. Vergangenheit, die Gegenwart ist viel freundlicher und ist für den Moratti-Sohn natürlich längst nicht so angenehm. Er will Meister werden, er muss Meister werden, er ist aber nur Zweiter. Hinter Juve und deswegen haben die Schalker-Fans eben Juve, Juve gerufen, um die Inter-Freunde zu erinnern. Eickelkamp, zu durchsichtig. Wann hoch dann. Es aufhäufen sich die Fouls, ist das schon die beginnende Müdigkeit. Lattal war das hier. Gibt's gar nichts zu deuteln. Freistoß nach der Attacke gegen Simeone. Viele, viele Fouls im Moment. Ein ganz zerfahrenes Spiel. Überlegungen bei Huub Stevens. Ist das jetzt die Zeit, neue Spieler zu bringen? Muss man ganz klar sagen, der zweite Anzug von Schalke drängt sich nicht unbedingt auf, ohne dass sich irgendjemand, der da jetzt noch auf der Bank sitzt oder sich schon warm macht, abwerten möchte. Aber hier auf dem Rasen, da geht es Rüder zu. Und das zerstört den Spielfuß. Wann hoch da allem. Winter. Er war mit der niederländischen Nationalmannschaft in Amerika, deswegen am Samstag fast ein Ausfall, aber er hatte seinen Stammplatz sicher und ich muss sagen, er ist heute eine Klasse besser als am Samstag gegen den Tabellenletzten Neapel. Johann de Kock, Schock für ihn und das Schalker Team, die frühe gelbe Karte, allerdings nach einer ziemlich rüden Attacke gegen Ronaldo. Ronaldo, der dann in der 17. Minute das bisher einzige Tor erzielte. 1 zu 0 für Inter. Rüskens, Max. Schalke jetzt mit vielen sicheren Stationen, das ist die achte, linke, Nemetz, aber eben kein Raum gewinnen. Bei Noctal. Da muss man immer nachsetzen, die sind unsicher. Linksfuß, Pagliuca, der Kapitän von Inter. Max mit großem Aktionsradius, auch der gefährlichste Schalker Angreifer mit Pech bei seinem Kopfball an den Pfosten. Büskens. Heikel, Kampfs, gute Flanke. Max. Wieder mal stand die Interabwehr ganz, ganz schlecht und vorne stellt Schalke Ronaldo ins Abseits. Und das ist Herr Gregorjescu, der da gewunken hat, der Schiedsrichterassistent aus Rumänien. Noch 24 Minuten, kann man allmählich darüber nachdenken. Ist dieses 1 zu 0 für Inter aus Schalker Sicht ein gutes oder ein schlechtes Resultat? Sicher lässt es den Königsblauen alle Chancen fürs Rückspiel, aber man weiß natürlich auch, dass ein Ronaldo gerade dann, wenn er Platz hat, auch auswärts seine Tore machen kann. Und deswegen ist da alles möglich. Auf der anderen Seite müsste auch Inter mehr tun. Und vielleicht noch ein Tor vorzulegen. Und das empfinden die Fans hier auch, die ihren Idolen mutmachend in Schalke gewinnt allmählich die Überlegenheit im Mittelfeld. Und das ist ein Tor, das ist ein Tor, das ist ein Tor, das ist ein Tor. Der Kapitän versucht jetzt wieder vorbildlich das Spiel der Schalker anzukurbeln. Wilmotz, bisher der torgefährlichste Spieler des FC Schalke 04 in der Bundesliga mit 5 Treffern. Auf geht's, Schalke schießt ein Tor. Schießt wenigstens erstmal diesen Eckball, immerhin der Fünfte. Und nach Eckfällen gehen die Schalker in diesem Moment in Führung 5 zu 4. Und das Ganze spielt sich sozusagen vor dem Schalker Fenn-Tor ab. Die stehen hinter Pagliuca. Haben sie sich da behindert, De Kock und Wilmotz? Immer bei Standardsituationen mit vorne, Johann De Kock. Wilmotz ja sowieso. Zernetti. Und scheinbar aber effektiv spielender Argentinier. In Argentinien gibt es ja sehr, sehr viele italienisch-stämmige Bevölkerung. Ronaldo. Gut gemacht von Nimitz. Linke und Tor. Martin Max gegen Kolonese. Immerhin ist das halbe Dutzend Eckbälle voll für Schalke. Aber noch kein Tor für Königsblau. Und schauen Sie mal, wie sich da Jens Lehmann warm macht. Denn er ist praktisch beschäftigungslos. Vorne bleibt Eickelkamp am Boden sitzen. Steht aber jetzt langsam immer noch nicht im Bild wieder auf. Coe. Winter. Ronaldo. Wieder gegen De Kock. Moriero. Ja, die Schalker haben sich jetzt auf die Tricks der Italiener besser eingestellt. Hier sehen wir nochmal Ronaldo in einer Studie. Wie er den Ball führt. Ganz eng am Fuß. Augenweide und zurück ins Spiel mit Freistoß für Moriero. Nachdem. Auch ganz eng amusa. judged aile. Ganz eng am B. digestive zu haben. Buch Unit bei年的 K咩-Atl 98. Schalke, Schalke, Schalke. Och des Sac kids bei Hausetim. Und da dürfen allen thunder erwach. Als drawin bäschilt bis auf den Augenwe Phase 175. Schalke, nicht soев stewardship. Super Obrigier. Also sagen wir ja immer so auf fantasy��, das Spiel zu vermachen und locken in den Augen. Abertau обрат sind dazu Prozent Null Meat. Welt! auf das Dutzend zu sein. Von Hochthalem, der einen Riesenpensum leistet. Gute Flanke und Kopfballwischer von Max. Hat er leider nicht richtig erwischt. Wilmots wird stärker. Passt natürlich den Eindruck, als würde Schalke die bessere Kondition ausspielen in dieser Phase des Spiels. Ton. Leicht sinds Pass. Aber Lattal hat aufgepasst. Bei Hochthalem. Ja, Freistoß. Für Schalke. Und die Möglichkeit zu wechseln. Eickelkamp geht. Und Yves Eigenrauch kommt. Nach langer, langer Leidenszeit zurück. Auch ins internationale Geschäft. In der Bundesliga hat er ja schon wieder gespielt. Eigentlich volles Spiel, auch damals beim UEFA Cup. Sicher ein wichtiger Mann, wenn er wieder fit ist, für das Schalker Ensemble. Eickelkamp hat sich verausgabt. Mit Achillissen-Problemen ins Spiel gegangen und mit Waden-Problemen raus. Und jetzt geht Diorcaev und es kommt ein Publikumsliebling. Hören Sie mal. Ivan Zamorano, der Chileme, der ein wunderbares Tor gemacht hat gegen Neapel. Hier an gleicher Stätte am Samstag. Großzügig jetzt. Schiedsrichter Meier. Es gibt keine Verwarnung. Biskons. Moriero. 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 Yves, der eine sehr, sehr problematische Knorpel-Operation hinter sich gebracht hat. Große Geduld aufbringen musste, aber immer daran geglaubt hat, dass er zurückkommen würde. Jetzt ausgerechnet Eigenrauch gleich gegen Ronaldo. Neumitz. Die letzte Viertelstunde läuft. Und da sieht auch Nemec gelb, bisher noch unbelastet, der Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft. War ein Foul, musste es gelb sein, mein eigentlich nicht. Kolonese. Ronaldo lässt auch Mannball vom Fuß springen. Guter Einsatz von Van Hochtalen. Vorteil, aber gepfiffen. Wilmots. Geht jetzt mehr in die Spitze. Alles perfekte Techniker, Coet. Und eine wunderbar angeschnittene Flanke von Coet zum Kopfball von Ronaldo. Und das hätte eigentlich das 2-0 sein müssen. Klasse gemacht von Lehmann. Hier, angeschnittener Ball, aber nicht gut geköpft vom Weltstar Ronaldo. Aber Eckball. Der 5. für Inter, getreten von Ronaldo. Schussversuch von Moriero, diesmal von links, der ja sonst auf der rechten Außenbahn marschiert. Kam übrigens vom AS Rom. Mut ihr haltet! Sie sind 22. Am vẫn kole son 2. Sie sind 18. Sie einfach tief in Sie ein hearthmen. Sie konnten wir bei diesen Einheiten saubern. Sie sind 18. Sie sind 18. Sie sind 19. Sie sind 18. Ja, Hilf Stevens macht seine Jungs nochmal richtig heiß und ganz distanziert. Rudi Assauer daneben. Denkt an die Verhandlungen mit dem Schweizer Anwalt Groß in Sachen Lehmann. Da ist Jens Lehmann nicht beschäftigt im zweiten Durchgang, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Beim Hochtalern. Holt mit seinem Einsatz den siebten Eckstoß für Schalke raus. Noch zehn Minuten. 1 zu 0 führt Inter seit der 17. Durch Ronaldos Tor in diesem wunderschönen Stadion. Das können wir wirklich vergleichen mit der Skala. Koei hat da hinten ausgeholfen. Hat mir gut gefallen, der Franzose. Yves Eigenhoff. Max gegen Kolonese. Nimitz, ja. Winter hatte aufgepasst. Halt ihn nicht nochmal fest, dann gehst du runter büskens. Moriero. Und wieder diese klasse Flanke aus dem Fußgelenk in Richtung Ronaldo. Aber Johan de Kock rettet, wie wir hier sehen, vor Ronaldo. Klasse Aktion. Von allen Beteiligten. Eckball Ronaldo. Mit rechts. Da kommt ein Ding mit der Fee. Ne, denkste, da hat er fast in die Erde getreten. Von Absatzkick von Koei und Zamorano versucht zu lupfen. Ein hochinteressanter Spieler. Der alles drauf hat, hat jahrelang bei Real gespielt. Schauen Sie mal hier. Das Richtige, was er macht, aber noch besser, Jens Lehmann. Drei, vier Mal hat der Schalker Keeper bewiesen, was er kann. Wäre ein großer Verlust für Schalke, wenn er ging. Und dann gehen mit Stefan Kloos und Jens Lehmann zwei intelligente Keeper, Kloos von Dortmund, aus dem Kohlenpott. Aber wenn sie sich finanziell so verbessern können, wie das spekuliert wird, muss man auch Verständnis dafür haben. Auch heute wieder einer der Aktivposten im Spiel von Inter. Koei, auch der. Oh, das war vorsätzliches Handspiel und muss Gelb geben gegen Koei. Aber es gibt kein Gelb. Schalke mischt weiter munter mit. Mit Eigenrauch. Kein guter Querpass. Moriero. Links lauert Ronaldo. Winter. Bei Schalke zeichnet sich der nächste Einwechselspieler ab. Ingo Anderbrügge, der Senior, wird gleich kommen. Und ich schätze mal, dass Lattal dann geht, der auch heute wieder viel geackert hat. Solka-Fans arbeiten ebenfalls noch mit. Mit ihren Anforderungsrufen. Olaf Thun manchmal ein bisschen zu bedächtig, wie hier. Fehlt dann vielleicht auch der Zuruf des Mitspielers. Pass auf. Abseits. So, jetzt wird der Wechsel verzogen. Tatsächlich Lattal geht. Und Ingo Anderbrügge kommt. Vor zehn Jahren kam er von Borussia Dortmund. Viele große Spiele für Schalke gemacht. Heute einer der Senioren mit seinen 34 Jahren im Team von Königsblau. Samurano und Ronaldo. Was für ein Sturm-Duo. Und der Moriero ist überall zu finden. Diesmal auf der linken Seite. Bedient Ronaldo. Nichts, 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 nichts. Er hat den Elfmeter schinden wollen und er hat ihn nicht bekommen. Zurecht nicht bekommen. Nicht bekommen. Wenn da nicht hinten Ton eingefädelt hat, was von uns aus beim besten Willen nicht zu sehen war. Jedenfalls, de Koch war völlig unschuldig. Ich würde eher mal sagen, eine brasilianische Frühlingsschwalbe. So bleibt es. Drei Minuten vor Schluss beim 1 zu 0. Das eben dieser Ronaldo nach 17 Minuten erzielt hat. Das ist ein Rundfunk. Nochmal Wilmotz. Gibt Freistoß. Für Inter. Obwohl Kolonese hier ganz schön hingeht. Also so Astrain war die Sache nicht, Freunde. Kein Schalker reklamiert. Fastenbodycheck mit seitlichem Anlauf von Kolonese. So, jetzt keinen Leichtsins-Querpass. Mit diesem 1 zu 0 für Inter geht Schalke in die letzte Minute dieses Spiels. Kann sich vielleicht noch eine letzte Chance zum Ausgleicher spielen. Mit Anderbrügge. Mit Nemec. Von Hochdalen. Dieses 1 zu 0 für Inter lässt allen fürs Rückspiel alle Chancen. Garantiert niemandem nichts, wenn sie das so wollen. Vielleicht gibt es ja die Duplizität der Ereignisse aus dem letzten Jahr, als jeweils 1 zu 0 gewonnen wurde. Und dann vielleicht Schalke im Parkstadion in den Elfmeterschießen wieder das bessere Ende versichert. Mit Lehmann, der ja gegen diesen Samorano gehalten hat. Nur jetzt nicht noch mehr Gelb einfangen. Leider ist das der Fall bei Van Hochtalem. Der aber bisher noch vorstrafenfrei war. Unnötig. Ärgerlich. Kann sich noch rächen, wenn Schalke weiterkommt. Inter. Winter. Inters Winter. Naja, nun wollen sie aber mit aller Gewalt dann noch einen Elfmeter schinden. Und dafür ist Gott sei Dank Schiedsrichter Urs Mayer zu sicher. Und lässt sich sowas nicht bieten. Hätte im Gegenteil. Moriero sogar verwarnen können. Achtmal hat er Gelb gezogen. Und dann ist er noch nicht so. Gegen die Interspieler Friesi, Sartor und Djorkaiv, die alle drei im Rückspiel gesperrt sind. Leider aber auch die Schalker, de Kock und Linke. Also die etatmäßigen Mandecker. Dazu sahen noch Van Hochtalem, Büskens und Nemetz Gelb. Aber vielleicht sehen wir ja jetzt doch noch den Ausgleich. Eigenrauch. Anderbrücke. Van Hochtalem. Sehen Sie mal, wie die die Bälle springen lassen. Insbesondere der Libero Friesi macht nicht den sichersten Eindruck im Zentrum der Abwehr der Italiener. Aber im Rückspiel ist natürlich Bergomi wieder dabei, der Routinier. Das ist der Schlusspfiff von Schiedsrichter Urs Mayer. Über die eine oder andere Entscheidung kann man immer diskutieren. Im Großen und Ganzen hat er dieses nicht einfach zu leitende Spiel gut über die Bühne gebracht. Und da sehen wir den Torschützen beim Trikottausch. Alles jetzt friedlich und kameradschaftlich. Nix für ungut. Ronaldo schoss das Tor des Abends. Ob das Inter reicht, das kann niemand heute voraussagen. Ein abwechslungsreiches Spiel mit vielen packenden Szenen. Allerdings auch mit manchem.